Es war einmal eine Familie gar nicht weit entfernt von uns. Es war die Darling-Familie. Die Familie hatte drei Kinder, Michael, John und Wendy. Wendy erzählte ihrer Mutter immer wieder, dass Peter Pan sie besuchen kam und in ihrem Zimmer Flöte spielte. Ihre Mutter war sich sicher, dass Wendy sich dies nur ausgedacht hatte. Aber sie war verwundert, als sie Blätter in Wendys Zimmer fand. Wendy sagte ihr, dass Peter Pan die Blätter mitgebracht hatte. Eines Abends, als die Eltern ausgingen, waren die Kinder allein zu Hause. Sie wurden bald müde und gingen schlafen. Peter Pan kam leise in ihr Zimmer und begann nach seinen Blättern zu suchen. In diesem Moment wachte Wendy auf. Peter Pan, ich habe auf dich gewartet. Keiner wollte mir glauben, dass es dich gibt. Wendy gab ihm die Blätter, die sie für ihn aufbewahrt hatte. Sie mochte Peter sehr gerne. Und sie half ihm, die Blätter wieder an seine Kleider zu nähen. Wendy, soll ich dir eine tolle Abenteuergeschichte erzählen? Ich will keine Geschichten über Abenteuer hören. Ich will selbst eins erleben, Peter. In diesem Moment flog Peters kleine Fee Glöckchen durch das Fenster. Natürlich! Ich wusste, dass du hier sein würdest. Machst du dich wieder ohne mich bereit für ein neues Abenteuer? Du weißt doch, dass ich niemals ohne dich etwas unternehmen würde. Wendy weckte ihre Brüder auf. Sie sahen Peter Pan und Glöckchen voller Verwunderung an. Na, seid ihr bereit zu fliegen? Glöckchen bestreute sie alle mit Feenstaub. Und sie begannen zu schweben. Zusammen flogen sie aus dem Fenster in die Nacht. Sie machten sich auf den Weg nach Nimmerland. Nach einer langen Reise sahen sie Nimmerland am Horizont erscheinen. Sie waren endlich angekommen. Dort gab es Meerjungfrauen, wilde Tiere, Indianer, Piraten und die verlorenen Jungs. Und unter ihnen war der gefährlichste aller Piraten, Captain Hook. Captain Hook war Peter Pan's Erzfeind. Der Grund dafür war, dass einmal als die beiden in einen Kampf geraten waren, Peter Pan die Hand von Captain Hook abgeschlagen hatte. Und eine riesen Krokodil hatte sie gefressen. An seiner Hand war seine Uhr gewesen. Und seitdem machte das Krokodil immer ein Tick-Tack-Geräusch. Daher wusste Captain Hook immer, wenn das Krokodil in der Nähe war. Weil er das Ticken seiner Uhr hören konnte. Als Captain Hook an Deck stand und mit seinem Fernglas Ausschau hielt, entdeckte er Peter Pan und die Kinder, die ihn aus sicherer Entfernung beobachteten. Er befahl sofort seinen Männern, sie mit den Kanonen zu beschießen. Peter und die Kinder konnten den Kanonenkugeln so gerade eben entwischen. Glöckchen, bring die Kinder in Sicherheit. Ich kümmere mich um Hook. Glöckchen war eifersüchtig auf Wendy, also wollte sie sie von Peter fernhalten. Sie erfand eine Ausrede und ließ Wendy allein auf einer Klippe, während sie Michael und John unten am Strand in Sicherheit brachte. Die verlorenen Jungs, die auf der Insel lebten, sahen Wendy aus der Ferne. Sie dachten, sie sei ein Eindringling. Also griffen sie sie an. Zur gleichen Zeit kämpfte Peter mit Captain Hook. Doch plötzlich tauchte das Krokodil auf und Captain Hook lief voller Angst davon. Als Peter zurück auf die Klippe kam, sah er Wendy verletzt am Boden liegen. Er wurde sehr traurig. Den verlorenen Jungen tat es sehr leid, als sie begriffen, dass das Mädchen, das sie verwundet hatten, eine Freundin von Peter Pan war. Du solltest doch auf die Kinder aufpassen. Glöckchen tat es sehr leid. Sie wusste, dass das, was sie getan hatte, nicht in Ordnung war. Es tut mir so leid, Peter. Es wird nicht noch einmal passieren. Das verspreche ich. Die verlorenen Jungs richteten eine hübsche Unterkunft für Wendy und ihre Brüder her. In der Nacht schliefen sie alle in ihrem Haus unter den Bäumen und hörten Wendys Geschichten zu. Peter Pan stand vor dem Haus Wache und passte auf sie auf. Eines Tages, als sie wieder auf der Klippe saßen, sahen sie die Piraten unten am Strand. Sie hatten die Tochter des Indianer-Häuptlings entführt. Peter Pan und die Jungs machten sich auf, um sie zu befreien. Sie kämpften gegen die Piraten und schlugen sie in die Flucht. Dann brachten sie die Häuptlingstochter zurück zu ihrem Vater. Von diesem Tag an waren die Indianer und die verlorenen Jungs und Peter gute Freunde. Der Häuptling befahl sogar zwei seiner besten Männer, mit den verlorenen Jungs mitzugehen, um auf sie Acht zu geben. Natürlich war Captain Hook darüber sehr verärgert. Eines Tages werde ich dich besiegen, Peter Pan. Eines Abends, als Wendy gerade mit einer Gute-Nacht-Geschichte begonnen hatte, wurde Peter klar, wie sehr sie und ihre Brüder ihr Zuhause vermissten. Also sagte er ihnen, dass sie nach Hause gehen könnten, wenn sie es wollten, aber dass er in Nimmerland bleiben würde. Gerade als sie ihre Sachen für die lange Reise packten, wurden sie von den Piraten überfallen. Sie hatten den Indianern eine Falle gestellt und sie gefangen genommen und jetzt hatten sie sich die Jungs geschnappt. Peter Pan schlief friedlich in seinem Bett und hatte keine Ahnung, was mit Michael und John passiert war. Captain Hook sah ihn schlafen. Aber er konnte die Tür zu Peters Baumhaus nicht öffnen. Also goss er das Gift, das er mit sich gebracht hatte, unter die Tür in Peters Zimmer, sodass Peter für Stunden schlafen würde. Peter Pan schlief den ganzen Tag lang. Als er aufwachte, kam Glöckchen zu ihm. Sie erzählte ihm, was passiert war und gemeinsam flogen sie los, um die Jungs zu retten. Als sie an ihrer Klippe ankamen, konnten sie sehen, dass kein Pirat Wache stand. Sie flogen zu der anderen Seite der Klippe und erschraken. Wendy, John, Michael und die verlorenen Jungs waren alle an Pfahle gebunden und Captain Hook hielt eine brennende Fackel. Sprich deine letzten Worte! Ha, 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 ha! Da sie die Älteste war, begann Wendy zu sprechen. Meine lieben Freunde, meine letzten Worte an euch sind, das, was eure Mütter euch gesagt hätten. Wenn sie hier wären, würden sie euch sagen, dass ihr keine Angst zu haben braucht. Seid mutig und erinnert euch daran, dass die Liebe immer gewinnt. Immer. Captain Hook ärgerte sich sehr über Wendys Worte. Er brachte sie auf sein Schiff und fesselte sie an den Hauptmast. In diesem Moment kamen Peter Pan und Glöckchen, um die Jungs zu befreien. Zur gleichen Zeit kamen die Indianer und ihr Häuptling, um ihnen zu helfen. Das freute Peter so sehr, denn mit ihrer Hilfe konnte er die Jungs retten. Jetzt war es Zeit, Wendy zu befreien. Peter Pan und die verlorenen Jungs kletterten auf Captain Hooks Schiff, auf dem sich nur noch ein paar Piraten befanden. Als ihnen klar wurde, dass sie in der Unterzahl waren, sprangen sie voller Angst ins Wasser. Es gibt keinen Ausweg, Hook. Ergib dich. Peter Pan und die verlorenen Jungs umzingelten Captain Hook, sodass er rückwärts stolperte. Und plötzlich hörte er das Geräusch, das eine Geräusch, vor dem er am meisten Angst hatte. Als Captain Hook sich voller Angst umsah, erblickte er das Krokodil, das im Wasser auf ihn wartete. Hilfe! Panisch rannte er zur anderen Seite des Schiffes, sprang ins Wasser und begann so schnell zu schwimmen, wie er konnte. Peter Pan und die verlorenen Jungs begannen zu lachen. Von jetzt an gehörte Captain Hooks Schiff den verlorenen Jungs und Peter Pan war der Käpt'n. Die Besatzung ist bereit für deine Befehle, Käpt'n. Leinen, los! Die Jungs machten die Leinen los und die Segel blähten sich im Wind auf. Blöckchen, bring uns zum Haus der Darling-Familie. Die Kinder freuten sich darüber sehr. Wendy, Michael und John würden endlich ihre Eltern wiedersehen, die sie so sehr vermisst hatten. Blöckchen streute ihren Feenstaub und plötzlich bob das Schiff sich aus dem Wasser und flog in den Himmel hinauf. Wendy konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ihren Eltern von Peter Pan, Blöckchen und Nimmerland zu erzählen. Von nun an würde Nimmerland immer ihr zweites Zuhause sein und Peter Pan ihr bester Freund. DINER 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!